Damit das auch das Getreide in die Silus eingeführt werden kann. Jetzt haben wir gesagt, wenn man überhaupt 20 Meter andenkt, dann ist das das Maß über alles. Also der Elevatorkopf darf nicht höher als 20 Meter sein. Das bedeutet, die Silus selber liegen irgendwo bei 15 Meter. Wenn man sich das da verbeugnissen will, dann geht es weiter.